jo leute was geht willkommen zurück zu pokémon purpur und heute hole ich die letzten vier legendären pokémon für den pokédex dann zeige ich euch wo es den schiller pin gibt und morgen das kann ich schon verraten wird es dann die ersten videos zu shiny massenausbrüchen geben dann sollte ich die mit schiller pin und dem sandwich und mit dem massenausbruch eine shiny chance von 1 zu 500 haben und dann wird es ab morgen shinies geben da zeige ich euch alles was ihr wissen müsst rund um das thema shinies aber jetzt geht es erstmal darum die vier legendären pokémon zu holen da zeige ich euch wo ihr die eingänge zu den pokémon findet die stäbe habe ich selber gefarmt da gibt es ganz viele verschiedene videos schon online oder auch guides da müsst ihr einfach mal online schauen das habe ich jetzt nicht drin aber ich kann euch zeigen wo ihr hier diese eingänge findet wir haben hier den schwarz blauen eingang direkt bei den furienfällen einfach wasser hoch und dann hier durch ich werde meinen blitzer nach vorne packen weil ich will die pokémon natürlich auch fangen und blitzer hat trugschlag und dann wäre wichtig ich pack bei dem noch ein bisschen mehr schaden drauf so und dann muss ich mal gucken habe ich bälle ich bin absolut unvorbereitet bälle 27 überbälle das sollten für den ersten jahr erst mal reichen und dann ja hier rein ich bin echt gespannt was jetzt passiert schreien es hervor möchtest du den schreien berühren ja möchte ich berühre den schreien hier gibt es diesen kleinen feuer fisch welches level ist der ich hoffe dass ich so hoch als ziemlich so hoch unheil zu wählen level 60 ok erstmal eine donnerwelle überwoll eins zwei drei easy da haben wir den ersten juju juju wurde gefangen juju unheils pokémon der neid der sich in chrome in krumm juwelen sammelte die viel streit heraufbeschworen hüllte sich in feuer und wurde zu diesem pokémon unlicht feuer das nächste findet ihr im knusperwald und zwar genau hier an dieser schleuse gucken wie wir da hinkommen vom see würde ich sagen hier mal einen zielort dann sehen wir uns am zielort wieder leute ich bin angekommen ähm schlitzer ist geheilt ich würde einmal speichern ich habe von den vier legendären auch ein lieblings pokémon ich sage euch gleich welches ich meine ich habe welches haben wir hier das ist es nicht das sieht doch ganz crazy aus ne sieht ganz crazy aus irgendwie dinglu drin ist er also die fangquote habe ich das gefühl ist in dem game irgendwie anders als früher vielleicht täusche ich mich auch aber es fühlt sich irgendwie anders an dinglu unheils pokémon schwingt es seinen außerordentlich schweren kopf langsam zu boden kann es gewaltige erdspalten von 50 meter tiefe verursachen unlichtboden sind die alle unlicht haben wir auch sehr schön dann würde ich sagen gehen wir ab zum nächsten den nächsten können wir uns hier unten relativ am anfang war das habe ich eben schon mal gesehen hier oh um mich weit fliegen ich würde einmal hier mich heilen und dann ah sekunde ich mache mir erst eine da müssen wir hin zielort und fliegen und da sind wir angekommen hier ist das nächste wird vorher wieder speichern und rein ich glaube hier ist auch mein lieblings pokémon von den legendären drin ne das ist es nicht die stecke ist es nicht ok haben wir uns das beste für den schluss aufgehoben sehr gut aber dem werde ich doch wohl donnerwelle machen können oder ja schön das ist ein legendäres rolf es entzieht der vegetation energie sodass umliegende wälder auf der stelle verdorren und felder unfruchtbar werden der hätte doch viel besser zum knusperwald gepasst bam ein einziges pokémon fehlt noch ein einziges da findet man den letzten davon hier aus so angekommen wieder speichern welches shiny hast denn bekommen rolf jetzt kommt mein lieblings pokémon das ist richtig richtig nice finde ich gefällt mir sehr gut einfach ein säbelzahntiger baubau bau jiang erst mal ne donnerwelle das war das vierhundertste pokémon geschafft Bao Gian Der Hass derjenigen, die vor langer Zeit durch das Schwert umkamen, hüllte sich in Stehe und wurde zu diesem Pokémon Unlicht Eis Geil Danke, Varro So 400 Pokémon im Pokédex Und jetzt zeige ich euch, wo ihr den Schiller Pin bekommen könnt Den bekommt ihr nämlich im Biologie Unterricht vom Professor Jim Der gibt euch einmal für 30 einmal für 100, einmal für 200 und einmal für 400 Pokémon die ihr gefangen habt ein Geschenk Und für 400 Pokémon schenkt er euch den Schiller Pin Und das holen wir jetzt gemeinsam Stimmt, den Battle Pass können wir uns auch gleich noch angucken Battle Pass Ah, komm, wir gucken erst Battle Pass 390 Gibt 3 Riesen Nuggets Und was gibt 400? Was gibt 400? Ich bin gespannt Fragezeichen Ein Ultra Ball Ich schätze es ein Der Launcher hat sich wieder eine Urkunde verdient Und der Traumaktivität vorbei Klar Jetzt ist er so gewirkt Er hat seinen Ultra Ball Das ist der Pokédex vervollständigt Pokédex vervollständigt Ich hoffe, ich kriege auch sowas wie eine goldene Krone wie bei Schwert Schild Das fand ich immer cool Hast du den Terror Raids? Hat man direkt gesehen Aha Der hat den Dex voll So Hier ist Professor Jim Und der gibt einem den Schiller Pin Etwas Dubiobes 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 Dubioses Naja Ein Schiller Pin Schiller Pin Ein mysteriöser Schillender Glücksbringer Der die Wahrscheinlichkeit erhöht Schillernde Pokémon zu finden Und wie gesagt Das Video zu den Scheiners gibt es morgen Das war's Oh Kriege ich noch was? Urkunde Urkunde Ich will keine Urkunde Ich will Klamotten Dieses Dokument bescheinigt die erfolgreiche Vervollständigung des Pokédex Herzlichen Glückwunsch Game Freak Einmal Für ein Bild Oder einfach Ich hätte es aber ohne den Chat nicht hinbekommen Deswegen danke an jeden Einzelnen der geholfen hat Jetzt auch Ganz ok Geschafft Geschafft Ich glaube die werde ich auch jetzt einmal alle abklappern Aber das soll es für das Video gewesen sein Morgen geht es rund um Shinies Shiny Sandwiches Es gibt auch einen Bug Womit man Shinies resetten kann Also wenn ihr da nichts verpassen wollt Gerne Kanal abonnieren Ein Like auf dem Video Lass uns bis zum nächsten Mal rein Bis zum nächsten Mal rein